so moin zocker freunde willkommen zu einer weiteren folge 7 days es ist noch nacht die letzte nacht vor blutmond wir graden weiter gerade noch so ein bisschen mauern ab jan kümmert sich weiterhin noch um munition und ich sehe jetzt auch noch was ich noch gar nicht fertig gemacht habe das für eine waffe benutzt so eigentlich 9 mm 9 mm und die magnum teilweise jetzt auch die mag ich auch ganz gerne okay also was soll ich jetzt herstellen magnum oder die 9 mm mach mal die 9 mm ich glaube das ist einfach dieser von der reichweite noch ein bisschen was haben wir eigentlich nur ich habe noch 100 schuss und 9 mm die 12 21 schuss ausgelegt ich hatte doch noch welche oder wieder aufgebraucht habe ich jetzt auch einfach nur sind ich habe schon wieder doch da sind sie doch hätte ich ja gar nicht runter gespringen müssen die und mal sagen jetzt ne idiot ich enthalte mich solltest du auch clever clever braucht knochen flasche triebes wasser flasche triebes wasser wird glaube ich schwer ja musst du neu holen weil ich habe die alle verkocht verkocht vor allen dingen also ich habe ich habe richtiges wasser daraus gemacht so das läuft hier auch wenn ich nicht dauernd irgendwie die blöde bin läuft das alles läuft das alles so kommen wieder hoch das sind nochmal zwei machen wir noch mal brauchen wir immer haben wir noch so wenig knochen weiß ich nicht müssen wir wieder was auseinandernehmen lieber ist genauso das geht in der kochstelle oder bei dem inventar er verstehe ich nicht man muss nicht immer alles verstehen das ist ich lieber haben es geht nicht erst so natürlich geht es nicht wenn er kein brennstoff im ofen ist denn wir das nix weiß es nicht wie viel ich immer von allen braucht deswegen packt es einfach mal alles hier rein ich denke einfach daran eine eiserne reserve irgendwo hinzulegen oder hast du schon wie mein eisen eiserne reserve falls wir irgendwas reparieren müssen währenddessen ach so hier ist noch in der kiste sind noch 22 stück ich habe noch sieben in der tasche die lege ich mal noch dazu 30 stück ich glaube meistens braucht man zwei wenn man irgendwas repariert es geht mir primär um türen und tore du kannst einfach eine andere waffe nehmen oder sowas ja gut das ist natürlich ja dann sollten wir davon hast recht noch mal ein bisschen was wie sagt man auf halde lassen oder so ich bin ja gerade sie da und dann grinsen sie dir dann in die fresse und du kannst das machen und zerkloppen fröhlich die türen ja also ich bin ja auch gerade noch am vor wie können bald antibiotika tausend eisen einschmelzen also ein bisschen was kriegen wir ja noch raus da eine dysenterie das hatten wir doch schon mal ne sagt mir jetzt nix dysenterie das ist irgendein debuff den wir mal hatten das ist so klar beim letzten habe ich kein eisen mehr alter habe ich noch ein das heißt neun stück wusstest du dass dieses rote kreuz das zum beispiel auf diesem first at kit ist dass es mittlerweile verboten ist oder schon lange verboten ist in spielen ja muss es nicht irgendwie jetzt immer grün sein oder so es kann auch weiß sein jetzt mittlerweile es darf glaube ich nicht die farbe haben wegen dem deutschen roten kreuz oder irgendwie so genau deswegen alter weil das ja die hilfe bedeuten soll und in spielen ist es eine verherrlichung da es eine heilung gibt und das kann man ja nicht machen denn das ist keine hilfe wo ich mir so denke ja ja man kann sich auch ein bisschen dass sie aber trotzdem kann das ja irgendwie zusammen assoziieren oder nicht heilung hilfe hilfe heilung das ist auch wieder so ein ding wo man sich denke man kann es aber übertreiben leute nicht weiß ich euch mal richtig zu tun und machen sich gedanken über scheiße die gamme entsprach richtig mal hier geht das wir müssen auch mal diese schatzkarten suchen was doch immer ist ja stimmt ich hoffe da ist mehr drin als das was ich mal im let's play gesehen habe aber das können wir ja mal nach dem blutmond mal angehen ich würde auch gerne mal eine quest machen von den kollegen weil da kann man auch manchmal ganz geile sachen kriegen und ich würde gern football helm haben vielleicht kriegen wir den ja sogar bei irgendeiner quest ab wann hat der typ auf ab 8 oder ab 10 also wir können da gleich mal vorbei strotzen und schon mal gucken was er überhaupt so für quest questen hat das bin ich warum warum tust du das weil ich gerade eine neue waffe hier gefunden habe das eine mr 10 das ist ein automatischer schützengewehr das ist aber leider geil aber welche position nimmt das schützengewehr also auch die die das jagdgewehr nimmt ja 7,62 davon hat 284 schuss das ist schon übel aber wir haben kein schalldämpfer dafür also ist das viel zu laut sie ist ich wollte immer noch mal nach farbe gucken ich weiß gar nicht wo willst du denn überhaupt wo wird eine farbe hergestellt ich würde jetzt mal sagen am chemietisch oder da kann man diese normale diese diese farbe herstellen und ich bin ja der meinung dass man irgendwie irgendwie bestimmt auch diese die y oder die farbe da herstellen kann ich geht einfach mal hier ran und gibt das ein die y e doppelpunkt und dann deine farbe die y e die farbe ich weiß nicht was sollst du haben grüner green ja ich guck jetzt erstmal überhaupt bei farbe mix ja kommen grüßen team flaschen trübes wasser habe ich jetzt green oder kann man die echt nur finden vielleicht diese diese mods oder so ich habe keine ahnung ich auch nicht man deswegen frage ich dich doch dachte du weißt genau so gut wie du da ist es halt wirklich so mittlerweile sind wir an dem punkt angekommen das spiel hat sich ja so gewaltig verändert das ist ja deswegen mittlerweile auch keine ahnung mehr hier irgendwo wo war denn das hatten wir noch farbe braun schwarz irgendwie sowas irgendwo war noch was waffen werkzeug wieso teleportierst du mich weg du besser hat noch nicht offen jetzt noch nicht habe ich gesagt die y black ja aber ist ja schon tag nehmen denn das ich dachte der großhändler hier die y black kann man die echt nicht herstellen in die an der werkbank oder war doch scheiße die y e doppelpunkt das schmeißt er mir auch nichts raus überhaupt nichts nichts ich weiß ja nicht wo wir die immer gefunden haben in seiner militärkiste oder sonne ja keine ahnung irgendwo ah guck mal wenn ich schon mal hier bin kann ich ja schon mal 250 steinbolzen mitnehmen mehr geht auch gar nicht bin auch doof manchmal naja egal dann muss ich grün halt finden dann ist das so wenn ich es selber nicht herstellen kann weil du musst das ist auch so geil wenn ich farbe auf den knüppel macht macht das mili damage plus sechs power attack damage plus sechs block damage plus vier ja und stamina kosten minus drei mann kommen aber trotzdem nur wegen farbe das hat geil deswegen schwarzen knüppel gemacht so irgendwie habe ich doch eben hier was meckern hören hocken hören keine ahnung so wie gesagt der händler macht erst so ab acht oder so auf bist viel zu früh los ja ich bin jetzt gerade in dem dorf ist nicht hier mal ein bisschen rum okay ja immer du das ach so ich wollte also das ist geil mit der armen brust aus einer gewissen distanz muss doppelten schaden und die realisieren gar nicht wo du bist das ist richtig fett gedruckt noch so doppelten schaden und wird dann noch hier ist alles leer das heißt der respawn ist noch nicht da da habe ich noch gerne wissen was diese spike knuckles sind das handwaffe ist man kann aus eisen irgendwie spike knuckles machen in kreis an arm mit damage kann only be install it in armored gloves also für für handschuhe alles klar gut und metal spikes knüppel hätte man auch noch mal machen können metal spikes match magic braucht man dafür okay ich höre eine nette frau die aber auch nach der zeit echt laut wird hier ist echt gar nichts mehr so jetzt ist sie auf die knie gegangen kommen wir da zurück die mist so so hier ist noch nichts da ist noch nichts alles klar aber wie gesagt ich habe mir gesagt wir haben zehn macht er erst auf ja ist okay weißt du hör mir einfach mal zu dann wird er doch was der dreist tot man schaut ja die armen brust hat schon was ich überlege ich meine das ist am besten ach weißt du was ich mache das einfach so dann komme ich doch stimmt schon an oder weißt du wo wir noch immer mal hin wollten na wir haben noch gegenüber irgend so ein schrott platz gefunden oder so war ja wegen metall ne ja da ist noch ein riesen haufen alter dann lass uns da bist du gleich wieder da ich bin da ich bin jetzt gerade oben ich schwinge mich gleich sofort auf mein motorrad dann kann ja schon mal vorfahren ja fahr schon mal vor wahrscheinlich musste die die jungs noch mal platt machen ja wo soll da was bauen das ist ja ja ich glaube das ist ja weil der marsch auf dem server so eingestellt dass nach einer bestimmten zeit die zombies auch da wo wir sie weg gemacht haben in häusern oder so wieder spawnen deswegen ja ja das ist klar also die sind wieder da aber mittlerweile müsste auch der ganze loop da sein weil die waren wir ja ewig nicht mehr ja so zwei bisschen wieder da ja das war jetzt kann mich aber nicht wo das war ich sehe es es ist komplett wieder da steht wieder okay umso besser vielleicht kann man sich das ja mal angucken bevor du es einreißt ich habe das nicht eingerissen es ist einfach umgefallen oder was der es ist unsere schöne eisenminen gesagt wo wir dann einmal rauf klettern müssen und hat mir den ganzen berg einfach weg weil wir denken groß Oder was meinst du? Ich bin voll deiner Meinung. Irgendwann brauchen wir es eh. Stein und so. Dann können wir auch oben anfangen an der Spitze und das wegzuklopfen. Wir können auch einfach ein Schloss draufbauen. Mir gefällt, wie du denkst. Boah, jetzt leckt das hier schon wieder so sauer. Wie Sau. Wegen den Häusern hier, oder was? Ich hoffe, da kommt bald nochmal wieder ein Update. Das ist irgendwie mal alles bereinigt, ey. So, Hunde und so auch wieder da? Oder nur... Also Rehe auf jeden Fall, aber die sind mittlerweile schon tot. Nicht so nah ran. Alter, wie hörst du dich denn an? Ist das Asthma oder Leidenschaft? Oh, hier sind auch Hunde. Ja, sehr schön. Guck mal, der hat auch Scheinwerfer. Oh, was ist das denn? Boah, hast du gesehen, wie der weggefetzt ist? Medipack. Ich liebe diese Magnum, Alter. Es ist einfach zu geil mit dem Ding. Guck mal, da kommt noch eine nackte. Und hinter dir. Oh, voll daneben. Oh, der Fall ging voll daneben. Aber es ist so geil. Ob ich da den Schalldämpfer drauf machen kann? Glaube ich nicht. Noch mal einen Magnum-Schalldämpfer? Ja, warum nicht? Ich meine, gut, eigentlich muss die laut sein, ne? Ja. Ah, ich habe mein Messer gar nicht dabei. Hast du ein Messer? Ja. Würdest du denn sonst die Vögel und so nur auseinander nehmen? Was für Vögel? Die Geier. Ach was. Okay, wo ist der andere? Und dann musst du ja auch da angeflogen, Alter. Ich sag doch. Das ist immer sehr geil mit meiner... Ja, aber ich glaube, die Monik ist ganz schön. Teuer, oder? Wie, ich jetzt gar nicht? Ja. Ist das schon wieder eingeschmacht? Zeig doch. Level up. Ist zufällig da eine Zange dabei? Ne, ne? Äh, ich glaube schon. Kannst du ja mal gucken, ob du hier noch ein paar Autos abbauen kannst. Weil, man hat uns eigentlich in den Kommentaren nahegelegt, dass das einfach viel lukrativer ist, keine Autos abzubauen, sondern wirklich, ja, in den Berg zu gehen und zu buddeln. Aber wenn wir schon mal hier sind, denke ich mir immer so... Da kann ich nur drauf einkloppen. Die sind alle flachgepresst. Ja, da oben ist noch ein Original-O. Ich wollte gerade sagen, ein, zwei Original-O gibt's hier aber. Was gibt der denn jetzt hier noch so? Oh, Bolzen. Ein bisschen Eisen gibt das ja hier trotzdem, auch wenn ich jetzt... Ja, aber das gibt halt Kraftstoff, ne? Das ist halt Kraftstoff, mechanische Teile und... Da wir ja Kraftstoff noch nicht selber herstellen können. Richtig. Und vor allem Federn sind auch recht teure Teile. Mhm. Dieses Scrap-Poliester gibt's ja auch nochmal. Kriegt man noch aus den Karten sowas. Mhm. Also eigentlich, ja, da nur auf Stein oder Stahl hinaus wäre, richtig? Ja, also nur um Eisen zu machen. Ich glaube, geschrieben hat er das in der einen Folge, da hab ich geschrieben, dass ich auf Eisentour bin. Also hab ich die Folge genannt. Und dann hat er halt das geschrieben, was wir jetzt auch machen. Also, dass wir eher mal in den Bergberg reingehen oder so. Oder auch nochmal gucken, dass wir diesen 13 Meter tief... Aber wenn wir jetzt erstmal den Berg auseinander nehmen können, können wir auch den Berg auseinander nehmen. Dann brauchen wir erstmal nicht tief buddeln, ne? Naja, ich bin auf 13 Meter, ne? Also wie gesagt, ich bin auf ganz Null runter. Okay. Ich bin ja auf dem Erdboden, sag ich mal. Ich nehme das jetzt hier alles mit. Vor allen Dingen, weil wir ja auch nochmal dieses Eisen brauchen, wir ja auch noch haben wir ja mitgekriegt. Für manche Sachen. Dann lass uns mal dieses normale Eisen jetzt hier, was wir hier rauskriegen, mal nicht unbedingt einschmelzen. Sondern beiseite packen, weil manchmal brauchen wir das ja auch. Zerstören kann er ja, ne? Was denn? Geht schneller. Jetzt haben wir so den Mangel an Eisen haben wir jetzt auch nicht. Ne, aber von dem jetzt, dieses lose Eisen, nicht von diesem Eisen... Ja, wie nennt man das? Eisenstein oder was wir da finden? Geschmiedetes? Ne, das, was wir im Bergwerk finden. Eisenerz. Ja, Eisenerz, genau. Das hier ist ja Eisen, das andere ist Eisenerz. Und das normale Eisen brauchen wir ab und zu mal für irgendwelche Sachen. Ja, 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 ich weiß. Zum Beispiel mobile Scheinwerfer oder sowas. Eben, deswegen brauchen wir das jetzt ja nicht einschmelzen, dann schmeißen wir es einfach in die Kiste. Wir kriegen jetzt ja durch unsere Mine, die wir da jetzt neu haben, werden wir ja genug Eisen kriegen, denke ich mal. Also Eisenerz. Für einen Moment vielleicht, ja. Ey, komm, das ist ein Riesenberg da oben. Da werden wir schon mal draus holen können. Alter, da bin ich ja morgen noch nicht fertig. Koffer! Neu! Hm. Crap! So, ein paar Dinger sind ja hier versteckt, ne? Zwischen den... In den Wänden her, so ein bisschen. Ja. Ach, nein, Obstwagen. Farbe pink! Wie es jetzt eben sagen, wenn es mir hier irgendwie ein Viech... ...kamen, so... Also, wie so... ...gehört. Man nannte es Katze. Gibt es in dem Spiel Katzen? Ne. Siehst du? Aber das ist so... ...dieses... ...was ich da so gerade... Mit Verwinde. Okay, das ist komplett kaputt. So, langt jetzt auch, oder? Ja. Ich fahre jetzt wieder zurück. War ja nochmal eben kurz nett. Vor allem mal... ...mit der Magnum. Da geht immer einiges. Kann man auch machen, ja? Der Installateur hier. So, mein Bike habe ich jetzt irgendwo da vorne. So, was war der Plan? Ja, ist ja gut. Ich hatte jetzt keinen Plan. Ah, wir fahren jetzt einmal zum Händler. Mal gucken, ob der schon aufwartet. Das ist ja schon acht. Hast du das Geld dabei? Nö, du? Nö. Oder? Dann müssen wir es nochmal holen. Was, ja, du hattest es ja vorhin eh. Ich weiß nicht, ob du es wieder zurückgetan hast. Nö, nö, hab ich wieder zurückgetan. Ja, dann hole ich das eben nochmal raus. Du kannst ja schon mal gucken, was man überhaupt auf hat. Weil sonst müssen wir eh um zehn dahin, glaube ich. Ja. Ich weiß echt nicht, wann der Kollege aufmacht. Weißt du, was wir noch nicht bedacht haben? Na? Äh, wenn ich das nächste lerne, das 4x4 Auto, dann haben wir ein kleines Problem. Wieso? Weil wir keine Auffahrt haben. Wir kommen damit ja gar nicht zu Hause irgendwo rein, ran, keine Garage, kein nix. Dann bauen wir noch eine Garage. Aber meinst du nicht, der kommt hier hoch, ist ja ein 4x4 Auto. Weiß ich nicht, vielleicht müssen wir es breiter machen, das Garagentor durch. Ja. Ich weiß, ja gut, das ist natürlich so die Frage. Aber ist ja ein Garagentor, da sollte doch eigentlich ein Auto durchgehen, oder nicht? Ja, eigentlich. Eigentlich ist doch eigentlich kein Wort, oder wie war das? Ja, eigentlich ist eigentlich Grenze, kann mit A beantwortet werden. Haben wir sonst irgendwas, was wir dem Ochsen verkaufen können, was wir überhaupt nicht brauchen? Momentan. Man kann ja bei dem auch was verkaufen, soweit ich weiß. Ja, aber was wird es denn im Anderen? Keine Ahnung. Äh, gammliges Fleisch? Ich glaube, das brauchen wir später noch für... Ähm. Na, jetzt lass mich mal lügen hier. Nee. Lügen sollst du nicht. So, okay, ich probier's mal. Ich weiß nicht, was der einem alles abkauft, deswegen... Arznei brauchen wir da so rum. Antibiotika zum Beispiel. Nö, hat er nicht. Was? Verkauft er nicht. Was verkauft er nicht? N-n-n-n-Footballhelm. Und was ist mit... Können wir gewinnen? Oder uns... Was heißt, können wir gewinnen? Ja, was? Wenn wir jetzt ne Quest machen, da steht doch, glaube ich, auch, was man kriegen kann, oder? Any jobs? Cleared Zombies? Cleared Zombies? Cleared Zombies? Fetch? Cleared Zombies? Cleared Zombies sollte jetzt ja nicht das Schwerste sein. Machen wir mal 300 Meter Cleared Zombies, ne? Ja, Moment, ich will einmal ganz kurz rein zu den Boxen. Ich mach mal eben die Quest. Hallo, Traveller. Warte, ich helfe dir. Can I see... Do you have any jobs? Can I see your inventory? Ha. Hast du den Job nicht aufbekommen? Das ist genau neben unserer Base. Nee, aber hier ist ein SWAT-Helm. Ja gut, für 6800. Ja, bringt mir ja nix. Nee. Was soll ich mit dem SWAT-Helm? Okay, auch kein Licht dran, Bam. SWAT-Helm? So, wo kann ich denn jetzt verkaufen? Secrets, ey. Was willst du denn jetzt verkaufen? Ja, mein Kram. Mods. Und was ist dein Kram? Ja. Warte mal. Sale... Ah, das nimmt er nicht. Samen nimmt er nicht. Den Scheiß will er nicht haben. Kann ich ihm alles nicht andrehen, was ich hier ihm eigentlich am Kopf schmeißen wollte. Ja, dann äh... You have a great day now. So, und ich hab jetzt das nicht mit, äh... Do you have any jobs? Ich hab anderes. Buried supplies. Fetch. Hab ich hier in 100 Metern. Was ist denn Jan? Jan, Jan ist da. Da seh ich zum Beispiel keine... Keine Quest für mich. Das ist ja blöd. Ich hättest dir gedacht, wenn wir schon zusammenspielen, weißt du, dass er den dann... Uns beiden gibt, weißt du? Jo, hättest du jetzt aber auch gedacht. Also ich muss jetzt auf den Berg rauf, so wie das aussieht. Die Frage ist, will ich das? Also... Jetzt gerade nicht. Ja, ich hab ja nicht mehr viele Zorn, die ich jetzt umhauen muss. Aber du musst ja nochmal zu ihm zurück. Ja, das ist... Das war aber eben ein Ultra-Lag hier. Jo, bei mir auch. So, dann... So, dann bist du mir durch. Boah, hab ich mich erschrocken. Komme ich nochmal eben kurz zu dir. Eigentlich müssten wir die Folge beenden. Ich glaube... Ja, müssen wir mal gucken. Werden das jetzt nur ein oder zwei Folgen bis zum Blutmond? Alter. Entspann dich. Oh, hier ist eine Schreierin. Ich fahr sie mal eben über und sie dann... Ja, natürlich. Hat sie jetzt geschrien oder hat sie nicht geschrien? Das war jetzt so komisch. Hat sie jetzt geschrien, hat sie nicht geschrien? So, talk to Trader. Ah, mal wieder zurück. Ja, komm auf jeden Fall ein paar. Was, Weh, wo? Ach, warte mal. Ich wollte jetzt Steinbolzen nehmen. Die Stahlbolzen wollte ich lieber für den Blutmond lassen. Du kannst auch einfach bei dem Trader rein, Tür zu und dann ist gut. Nee, nee, der schmeißt einen ja raus. Wann? In der Nacht? Ja. Ja, ja. Aber so jetzt? Nö. So jetzt nicht, nö. Sie sind ja unbesiegbar, die Türen. Seine Türen. Hm. Hat sie wohl doch geschrien. Ein, zwei Zombies kommen jetzt hier doch angeschissen. Also, man bekommt einen Compound-Bogen und einen Eisenbrust-Panzer. Na ja, uh, haben oder nicht haben. Here's what I own, ja. So, chose one. Nenn mal den Eisenbrust-Panzer. So, und irgendwo hat hier noch einer entgegen gehauen. Ich hab da was gehört. Oder auch nicht mehr. Vielleicht war er auch schon fertig. Also, du bist jetzt wobei? Ich bin jetzt grad bei der Base. Du hast gar keinen Dings angenommen, oder? Ich hab einen angenommen, aber ich wollte jetzt nicht auf den Berg klettern. Welchen hast du angenommen? Ja, ich hatte den, den du hattest nicht. Ich hatte irgendwas mit Fetch. Und ich soll jetzt irgendein Shipman zurückbringen. Ja, Fetch kann ich auch auswählen. Der war in 100 Metern da von ihm entfernt. Fetch, 2 Kilometer. Ja. Also, wir haben nicht die gleichen. Ne. Was ich ja, wie gesagt, ein bisschen blöd finde. Ein wenig, ja. So, vorsichtig einparken hier die Kiste. Alter, was wollt ihr alle hier? Blutmond ist doch erst später. Kommst du rum? Oder muss ich... Ne. Hier muss ich nachhelfen. Ach, der will bestimmt hochkommen, weil hier alles auf ist, wa? Da ist ja jetzt nicht zu. Bitte. Nein. Ich hab mich nur gefragt, warum er jetzt nicht durch den Gang kommt. Aber ganz klar, weil er ja oben auch durch kann. You know what I mean, my friend? Auf Kause. Also, siehst du, die Folge wollte ich beenden. Dann mal gucken, eine oder zwei Folgen noch, dann ist ja auch schon wieder Blutmond. Und, liebe Leute, wir bedanken uns fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Und ich sage erst mal, bis dennne Antenne. So, Zockerfreunde, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir doch mal bitte ein Like da und empfiehlt mich doch einfach mal weiter. Wenn ihr nichts mehr verpassen wollt, dann abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke. Und wir sehen uns hoffentlich im nächsten Video. Bis denn dann. 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 Untertitelung des ZDF, 2020